moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen runde war sander diesmal wieder mit den flugzeugen letzte runde hat mir gut gefallen dachte ich macht gleich noch eine neue runde wieder mit den russen unterwegs und wieder in einer jakt 9 t das nächste mal war ich auch eine runde mit den deutschen mal fliegen bin ich auch im tier 3 bereich tier 4 bereich unterwegs aber jetzt noch mal eine runde an die russen diesmal geht es um den flughafen ziel dessen ist den flughafen hier einzunehmen und so lange möglich zu halten da geht schon einige leute runter das heißt ich werde nicht mehr mit runter gehen sondern mal gucken ob wir die ersten feindlichen flieger fangen können so spitfire ist im land langen flug ok schau abdrehen gucken ob wir wieder im flugfeld kriegen aching Und da segele ich dahin. Hopp, noch fliegt sie. Nein, jetzt fliegt sie nicht mehr. Ja, war schon mal ein schlechter Einstieg. Nur ein Abschuss. Nicht so toll. Aber, ähm... Ich denke mal, hauptsächlich den Flughafen erst mal verteidigen. Das ist das wichtigste Ziel. Es geht ja nicht um Abschüsse, sondern das Wichtigste ist, den Flugplatz zu bekommen. Und denke mal, da war das notwendig. Ich will sich etwas zu opfern für das Team. Dann können wir die B25 mal verfolgen. Ja, brennt schon. So, wo sieht man jetzt? Da ist noch 120, Hurricane. Wollen wir die B109 mal gucken, was ich kriegen. Dann können wir die B109 mal gucken. Und... ...und... 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 ...auch noch vorderzuziehen. Aber ein einzelner Treffer, aber irgendwie... ...ohhh, steigt da die Luft. Das ist übrigens ein ganz schlechter Versuch in die Höhe zu fliehen, weil erstens mal wieder total langsam und zweitens mal kriege ich ihn dann auf jeden Fall. Also wenn ihr fliegen müsst, dann immer nach unten ziehen und versuchen so harken möglich zu schlagen. Ich versuche dann zu landen. Wie gesagt kümmern wir uns hauptsächlich um den Flughafen zu verteidigen, auch wenn es bessere Ziele gibt. Abschlüsse sind nicht das wichtigste in dem Modus, sondern wie gesagt wirklich den Flughafen zu verteidigen und zu bekommen. Dann werde ich abschütteln. Ah drei Abschlüsse mit dem Flugzeug also. Was will man mehr? Was will man mehr? So steigen wir mit die LR5 ein. Ja wie ihr seht, wie man am letzten Mal gesehen hat, so Bomber ist nichts. Bei der Welt sowieso nicht so wichtig. Klar die Bodenseite müssen auch gemacht werden. Aber ich glaube das hauptsächlich den Flughafen einfach zu halten. Diese hatten ja noch keine Partei jemals bekommen. Da steht eine P400 auf dem Flugfeld. Versuchen wir sie mal zu verteidigen. So wie es aussieht nimmt das ein. Und die Bf 109 kommt das mit dem Stützflug auf dem. Oh. Na komm. Na ja wir haben das Flugfeld eingenommen sehr schön. So gucken wir mal wieder eine Runde. Ah ein Treffer. Ich bin schon ziemlich durchlöchert. Mein linker Flügel ist komplett hinüber. Steuert sich gerade wie ein Bus. Ja steuert sich gerade extrem schwer. Schwerfällig. Und ist unglaublich schwer damit das Fahrtenkreuz zu bekommen gerade. Wir bleiben hier mal beim Flugfeld. Versuchen das Flugfeld zu verteidigen. Oh nein jetzt müssen wir nachladen. Jetzt ziehen wir uns mal wieder ein Stück zurück. Ah 120 da oben. Nach 15 Sekunden. 15 Sekunden. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Es geht schlecht aus. Oh. Da kann nichts mehr groß ausweichen. Das wird es gewesen sein. Oh nein. 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 Vielen Dank.